willkommen und ein recht herzlich willkommen zur zehnten folge von kauf die mann woche 2 der kampagne ja vor der letzten folge ja haben wir groß gesucht und ja haben auch gefunden haben jetzt machen jetzt also sind jetzt auf der flucht und ja dann habe ich pausiert gestern sorry dass ich gestern keine abmoderation gemacht habe weiß auch nicht warum irgendwie war mein finger zu schnell auf der aufnahme pause taste aber ist egal ich würde sagen wir starten jetzt und fahren wo sind wir alle handlos versteck er hat mir den standort für notfälle genannt und wieso nicht mehr weil es nicht nötig war zählen meine notfälle nicht rückplatte hat alecantro gelegt cleverer mistkerl da bleib stehen ginsdai rodolfo saub ghost ihr lebt sieht so aus schön euch zu sehen amigos igual amigo guter wort wo wart ihr jungs auf der flucht ich war auf der flucht ghost hat gewartet versteht sich nein ja wir sind ein team wir alle ich hatte das kommando und jetzt brauche ich hilfe niemand kämpft allein niemand kämpft allein was ist mit graves los wissen wir nicht las almas korrumpiert alle uns nicht vorerst sind general shepard laswell und alle die nicht hier im raum sind als feinde zu betrachten mit einer ausnahme alejandro wir brauchen ihn wenn graves hält ihn hier fest sein ganz persönliches gefängnis mein team ist auch da drin wir kriegen wir sie frei wir brechen ein genau deshalb liebe ich ghost das alleine wird nicht reichen du bist es ok mein mann wir brauchen was zum fahren möglichst gut gepanzert alejandro hat an alles gedacht das hat er holen wir ihn raus das alte gefängnis liegt abgelegen außerhalb von das almas war hochsicherheit wurde aber geschlossen als die narkos übernahmen es gibt keine landebahn aber rechnet mit hubschraubern wir fahren zu einem absatzpunkt und dann zu fuß zum einstieg hier sollten die türme bemannt sein müssen wir sie zuerst ausschalten und dann die mauer mit seilen hoch was ist mit kameras im sicherheitsraum gibt es überwachung damit spüren wir alejandro und den rest seiner männer auf teilen wir uns auf während rudy l sucht helfe ich über die kameras ghost sprengladung zu platzieren ablenkung und sabotage sehr schön johnny hab von den besten gelernt sobald wir alejandro und los barqueros gefunden haben sammeln wir uns und befreien sie wir nehmen waffen für meine männer mit und kämpfen uns auf dem weg wieder raus wie wir rein sind noch fragen woher fahrten wir grace lässt den ort abriegeln rechnet mit patrouillen im außenbereich ohne zweifel sind wir bereit waffen munition und sprengsätze eingepackt ich hab den wurd packen schlagseile check hoffentlich lebt alejandro noch tut er mir nach nach links fahrt folgen wir ihm rudy wie lange kennst du alejandro schon zwanzig jahre haben uns zusammen gemeldet der härteste kerl im regiment ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen wir haben immer gesagt nicht denn unicar die lektion nach alejandro was heißt das das einzige was alejandro und und ich sehe das das der handel im außenbereich wir müssen sie ausschalten um rein zu kommen zwei scharfschützen erster turm so du nimmst einen ich den anderen Turmsoap, linke Seite. Shadow erledigt. Gut geschossen, Hermanos. Ich flankiere Sie und wir räumen das Feld. Rudy, hilf mir mal. Noch nicht. Ein Heli ist im Anflug. Sieht aus wie eine Vorratslieferung. Ich sehe sechs Shadows. Bestätige. Drei beim Fahrzeug, zwei dahinter, eine auf der rechten Seite. Erledige die beiden am Fahrzeug zuerst, damit die anderen nichts sehen. Guter Plan. Soap, auf meinen Zeuschen. Erledige den mit der Kappe. Fahrt dann. Ja, scheiße, da können wir den. Gut, wir machen das nochmal von vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier vorne, also jetzt hier da stehen bleiben sollte, wo ich jetzt ganz Zeit war, oder? Ach, keine Ahnung. Ich werde einfach mal hier. Ein Heli ist im Anflug. Sieht aus wie eine Vorratslieferung. Bestätige. Ich sehe sechs Shadows. Bestätige. Drei beim Fahrzeug, zwei hinter den Felsen, eine auf der rechten Seite. Erledige die beiden am Fahrzeug zuerst, damit die anderen nichts sehen. Guter Plan. Soap, auf meinen Zeuschen. Erledige den mit der Kappe. Bereit. Check. Drei. Zwei. Eins. Bestätigt. Zwei weniger. Bin unterwegs. Okay. Nimm die zwei rechts vom Fahrzeug. Ich greife den auf der anderen Seite an. Sicher. Alles. Alles sicher. Zum Fuß des Turms vorstoßen. Das ist unser Zugangspunkt. Leise bleiben. Oh ja. Jetzt da hoch. Eingeklinkt. Vorgehen, Lieutenant. Soap. Soap ich auch. Jetzt du Stopp. Soap. Oben nicht feuern. Leise sein. Hai. Hai Katzen. Soap. Oben. Verstanden. Folge dir. Auf zum Sicherheitsraum. Zusammen bleiben. Such nach einer Luke mit einer Leiter. Gefolgen. Okay. Zu mir, Soap. Runter und rein. Drei. Komme runter. Alle drinnen. Los geht's. Das Überwachungsgeweide für die Kameras ist gerade aus. Unten bleiben und Beheirung. Zwei drinnen. Schalten wir sie aus, bevor sie ihre Amigos rufen. Wechsle besser zu einer Nahkampfwaffe für den Innenbereich. Gute Idee, Lieutenant. Gehen wir rein. Auf dein Zeichen, Soap. Gesichert. Wir suchen mit Kameras nach meinen Männern. Und finden Alejandro. Wir brauchen Ablenkungen. Ich platziere Sprengladungen außerhalb. Soap. Du führst mich durch. Geh an die Kameras. Bin dran. Ich auch. Bin weg. Passt auf mich auf. Verstanden. Viel Glück. Soap. Sag Bescheid, wenn nicht das Tor passieren kann. Sicher. Los. Greif auf die Kamera da vorne zu und such nach Bedrohungen. Ein Shadow. Leicht zu erledigen. Zeig ihm etwas Scharfes. Erst am Boden. Geil, Alter. Natürlich. Ist das da? Mehrere Shadows. Sie sind gepanzert. Bleib unten. Bestätige. Shadow auf dem Balkon. Sag mir, wann ich loslegen kann, Sergeant. Kannst losgehen. Bewege dich, Ghost. Einer auf der linken Seite. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Ich sag's ihr nur. Bleib besonnen, Sergeant. Geh auf die Seite der Kiste. Einer. Um die Ecke. Der Grege müsste sich ja mal umdrehen. Was machen wir denn jetzt? Rede mit mir, Sergeant. Ja, ein Messerangriff. Aber du wirst dann entdeckt. Deswegen ja. Was soll ich denn sonst machen? Kannst du denn einen Messerangriff? Also schießen wir ja gar nicht zur Ausweifung. Was ich überhaupt nicht verstehe. Seite. Ein bisschen Hilfe ist doch nicht schlecht, oder? Bleib konzentriert, Johnny. Und ich sag's ihr nur. Bleib besonnen, Sergeant. Einer. Um die Ecke. Geh auf die Seite der Kiste. Geh hoch. Guck mal weiter. Guck mal weiter. Geh runter. Die Tortenpanzerung und ich muss nah ran. Müllcontainer zu rechten. Zeit, den Müll auszunehmen. Ende auf Patrouille innerhalb des Stacheldrahts. Reden mit mir, Sergeant. Los, Lieutenant. Geh auf die Seite des Gebäudes. Alles sicher. Nein, nein, nein. Raus, da, Lieutenant. Ja, scheiße, Digga. War dämlich, war dumm, war dumm, war dumm. Okay. Scheiße. Einer auf Patrouille innerhalb des Stacheldrahts. Einer in der Ecke. Waffe es unten. Shadow, links. Schieß, wenn du bereit bist. Los, Lieutenant. Schieß auf ihn. Guter Abschuss. Nach rechts. Geh hinter den Truck. Ein guter Platz, um eine Ladung zu platzieren. Wie sieht's aus? Leg los, Lieutenant. Check. Bombe platziert. Und weiter. Nach links. Links. Alles sicher. Auf, Lieutenant. Nein, ah, da oben, ja, ja, nein. Scheiße, den da oben hab ich gar nicht gesehen. Ah, fuck, man. Aber alle Männer von mir wären tot. Meine Wache auf dem Steg, bereit halten. Ich sage wann. Alles sicher. Geh auf die Seite der Kiste. Zeit für eine Ablenkung, Lieutenant. Dein Spezialgebiet. Lichter aus. Er geht auf die Elektrik zu. Es sei denn, er trifft mich auf dem Weg dorthin. Bleib dort. Einer ist hier am Weg. Erledige ihn. Es ist sicher. Feuer. Ich will Messer an mir. Geil. Okay. Feuer, Messer. Feuer. Der geht, dann kannst du mal auf ihn. Einer, links von dir. Ich bin Shadow, könnte den toten Kerl finden, den du zurückgelassen hast. Oder er gesellt sich dazu. Sicher, los. Los, jetzt. Scheiße, okay. Grünes Licht. Sie haben dich entdeckt. Nein, wie denn? Scheiße. Fuck, Mann. Wer? Los, jetzt. Verwende deine Klinge. Gegner neutralisiert. Eine auf der linken Seite. Ich rate zur Schusswaffe. Grünes Licht. Geh nach links. Ich sehe ein Pickup, den du sabotieren kannst. Gut gemacht, Sergeant. Geh weiter. Schalt ihn aus. Schlaf gut, Arschloch. Platziere die Ladung. Zwei erledigt. Bewege mich. Augenlauffein vor dir. Los jetzt, Ghost. Nicht, dass er sich dann gleich umdreht. Keine Gefahr. Beweg dich. Mit dem Messer, Lieutenant. Am Boden. Am Boden. Perfekt. Aufgepasst. Zwei Shadows. Scheint sicher. Feuereingriff kannst du nicht machen, aber bei ihm kann man nur mit dem Messer machen. Das ist sowieso schlecht. Es ist sicher. Beweg dich, Ghost. Der MTW sieht reif in der Bombe aus, Lieutenant. Kannst losgehen. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Schlafen bei der Arbeit, was? Geh nach rechts. Vorwärts. Los jetzt, Ghost. Alles sicher. Du brauchst eine Ableckung. Zwei kommen auf dich zu. Sicher. Los. Oh, schnell, 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 schnell. Stich zu und weiter, Ghost. Raus, da, Lieutenant! Okay. Gut. War nicht die beste, ähm... Was weiß ich, Möglichkeit, sagen wir es mal so. Ich muss nicht mehr so. Beweg dich, Ghost. Shadow voraus. Zeig ihm, was du mit dem Messer kannst. Schlafen bei der Arbeit, was? Geh nach rechts. Schlau, schnell, 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 schnell. Komm mal mal weg, Sir. Kannst losgehen. Du brauchst eine Ablenkung. Los jetzt, Ghost. Zwei kommen auf dich zu. Links. Alles sicher. Sicher. Los. Los jetzt. Stich zu und weiter, Ghost. Typisch Ghost. Zeit für eine Blutabnahme. Noch ein toter Shadow. Grünes Licht. Vorwärts. Kamera wechseln. Los, Lieutenant. Keine Gefahr. Beweg dich. Geh hoch. Der MTW sieht reif in der Bombe aus, Lieutenant. Zustechen und weiter. Schlaf gut, Mist Kerl. Schieß auf ihn. Nein, ich hab da was anderes im Sinn. Verdammt schön, Sir. Scheint sicher. Es ist sicher. Du kannst die Ladung platzieren. Okay. Erledigt. Weiter zum nächsten. Vorrücken. Nach links. Nach links. Ein weiterer MTW mit deinem Namen drauf. Rede mit mir, Sergeant. Keine Gefahr. Beweg dich. Perfekt. Lass dich auf. Ich empfehle deine Klinge. Erwischt. Einer links von dir. Nimm die Schusswaffe. Gute Nacht, Arschloch. Die Bombe platzieren. Leg los, Lieutenant. Gute Arbeit. Wir sind hier fertig, Johnny. Haben wir Alejandro gefunden? Perfektes Timing. Ich hab ihn. Wo? Moment. Verdammte Scheiße. Das ist er. Er ist ein Einzelhaft. Zwei an der Tür. Ich sehe sie. Ghost. Wir haben ihn. Er ist allein. Zwei Shadows auf Wache. Nicht mehr lange. Treffen vor dem Zellenblock. Wir holen ihn raus. Verstanden. Sind unterwegs. Gute Arbeit. Iguale, amigo. Alejandro hat uns auch geholt. Es auch in Ikea. Geht. Vamos por unos plaqueros, cabrán. Und damit, Freunde, würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne in dem Video ein Däumchen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, Glock aktiven und keine weiteren Videos oder Leistungsmeer in Zukunft folgen hier zu verpassen. Und ja, damit würde ich sagen, wir sind raus. Euer Schuss von Jengos. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.